Hallo Freunde, ich bin es. Willkommen bei Manni zu Hause. Ich habe mal einen Baumstamm in Brand gesetzt, damit es ein bisschen mucklig ist. Also pass auf, der erste Spruch, den ich euch erzähle, kommt ein Dortmunder in eine Kneipe und sagt, Leute, soll ich euch mal einen Schalke-Witz erzählen? Sagt der Erste, pass mal auf, ich bin 1,87 Meter, 120 Kilo schwer, ich bin Schalke-Fan. Sagt der Zweite, ich bin 1,97 Meter, 135 Kilo schwer, ich bin auch Schalke-Fan. Sagt der Dritte, ich bin 2,11 Meter groß und wiege 166 Kilo. Willst du uns den Schalke-Witz immer noch erzählen? Sagt der Dortmunder, nee, lass mal, bevor ich ihn dreimal erklären muss. So Freunde, das war es für heute. Ich sage mal, hasta la Weihnachten, wir sehen uns morgen. Schön mucklig war mir.